Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute wird es sehr geheimnisvoll und spannend. Wir befassen uns mit einem dunklen, verhüllten Thema, könnte man vielleicht sagen. Ja, was denn Marcel, was machen wir denn heute? Okkult belastet oder psychisch krank? Das ist das Thema der Sendung heute. Und das ist wirklich ein Stück weit diffuses Thema, weil was ist denn Okkultismus? Was ist okkult belastet? Was ist denn psychisch krank? Und wo sind die Unterschiede? Wo sind die Ursachen? Und wie kann man damit umgehen? Ein Thema, das oft irgendwie verdrängt wird, aber das da ist. Und Menschen stellen sich die Frage, auch Christen stellen sich die Frage, ist jetzt jemand, wo ist jetzt jemand psychisch krank oder ist er okkult belastet? Sehr spannend. Ich bin, ich freue mich drauf auf die Sendung heute. Mein Gast ist Dr. Michael Großklaus. Er ist Beratungspsychologe und promovierter Psychologe, Autor von verschiedenen Büchern, Dozent und auch Pastor. Und ich bin gespannt, wie der Austausch mit ihm sein wird. Schön, dass Sie da sind und schön, dass du da bist, Michael. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch, Marcel. Du hast hier ein Buch geschrieben und genauso haben wir die Sendung auch genannt. Okkult belastet oder psychisch krank? Ein Leitfaden für Kirche, Gemeinde und Beratung. Das ist natürlich ein Thema, über das muss man sprechen, weil, wie gesagt, oft weiß man da nicht so viel drüber, aber die Fragen sind da. Steigen wir doch gleich mal ein. Was ist denn Okkultismus? Genau. Und die Definition von Okkultismus, da fängt es schon an. Nämlich ein Sammelbegriff, ein Überbegriff für ganz verschiedene Dinge. Einmal geht es vom Wort her um Okkulte, Okkultus, etwas Geheimnisvolles. Es geht darum, dass im Laufe der Menschheitsgeschichte wir eine unglaubliche Fülle an Informationen haben über sogenannte Geheimlehren. Das können Geheimlehren sein, die christlich angehaucht sind oder esoterisch. Es gibt fernöstliche, es gibt sogar jüdische Kabbalistik zum Beispiel, Kabbalah, jüdische Geheimlehren. Also all das ist zunächst mal vom historischen Hintergrund her mit Okkultismus gemeint. Heutzutage sind es dann noch ganz andere Dinge, wenn es darum geht, so die Mischung zwischen esoterischen Inhalten und okkulten Praktiken. Gläserrücken, Hellsehen, Wahrsagerei, manche sagen auch der Bereich Astrologie und so weiter. Also wir sehen, das Feld von Okkultismus ist unglaublich groß und man muss da Ordnung reinbringen, man muss ein bisschen differenzieren. Man müsste, so habe ich es auch versucht in dem Buch eigentlich, die Zeit haben wir aber nicht, drei Bereiche anschauen. Den fachlich-wissenschaftlichen Bereich, wo auch dann diese ganzen Krankheitsthemen reinkommen. Dann den biblisch-theologischen Bereich, für Christen natürlich ganz arg wichtig. Was sagt denn die Bibel, was sagt das Christentum zu diesen Themen? Und dann den seelsorgerlich-praktischen Teil. Was machen wir denn konkret, wenn ein Mensch vermutet, in irgendwelcher Form okkult belastet zu sein? Wie gehen wir dann vor? Und wir schauen mal, was wir von diesen drei Dingen heute im Gespräch alles ermitteln. Genau, wir streifen, wir versuchen das ein oder andere zu streifen und uns durch den Dschungel mal so wenigstens mal einen kleinen Pfad durchzuschlagen. Wenn wir jetzt beim Okkultismus sind, was sind denn okkulte Praktiken? Du hast es schon ganz kurz erwähnt, aber sag es nochmal, was versteht man darunter unter okkulten Praktiken? Also okkulte Praktiken sind in dem Fall natürlich dann geheime Praktiken. Das heißt, da geht es um Dinge, die die Transzendenz betreffen, unsichtbare Mächte, unsichtbare Wirklichkeit. Im Bereich des Okkultismus, Okkultismus vom Christen umhergesehen, ist natürlich ganz stark der Bereich Teufel, Dämonen, Lucifer, Satan, Durcheinanderbringer, diese Mächte der Finsternis, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt. Vom alten Neuen Testament her wird es immer wieder beschrieben, Gott möchte das nicht und so weiter. Also das wäre jetzt mal so von dem christlichen Aspekt her. Ansonsten finden wir das in vielen Religionen, esoterischen Kreisen, wo man versucht, als Mensch, der hier im Diesseits lebt, in Kontakt bekommen in die jenseitige Welt. Ob das durch Totenbefragung ist, ob das durch Mediumismus ist, dass man Medium hat, durch das irgendwelche Toten, Verstorbenen versucht zu befragen, ob das ein Ahnenkult ist, was wir in manchen Kulturen auch haben. Auch manche Bereiche des Schamanismus in anderen Religionen, in anderen Erdteilen, Kulturen finden wir das auch. Einfach wo versucht wird, diese Grenze zwischen hier und dort, zwischen Diesseits und Jenseits zu überschreiten, durch verschiedene Möglichkeiten, manchmal auch unterstützt durch Rituale, manchmal auch unterstützt durch Drogen, durch Substanzen, wo man versucht, durch Bewusstsein erweiterte Drogen einen Zugang zu bekommen zu diesen unsichtbaren Wirklichkeiten. Und all das verbirgt sich dann hinter diesem Wort okkulte Praktik. Das kann ganz klein beginnen und ganz groß enden. Und jetzt ist ja so die Frage, wenn ich okkulte Praktiken tue, kann ich unter Umständen okkult belastet werden? Das ist so oft, dass man das ja so sagt. Was versteht man denn unter okkulten Belastungen? Genau, Belastung bedeutet ja etwas, was mit einer Last zu tun hat. Das ist also nicht mehr irgendwie, mich interessiert was, das ist ganz spannend, interessant, sondern man hat den Eindruck, so ähnlich wie dieses Satz, die Geister, die ich rief, habe ich nicht mehr wegbekommen. Das heißt, plötzlich merke ich, es geht nicht mehr um spannende Erlebnisse, spiritueller Inhalt oder so, sondern da sind Lasten da, zum Beispiel, ich kann nachts nicht mehr schlafen, Albträume, Angstzustände und da merken wir schon, jetzt greifen wir schon in die pathologische, die Krankheitsrichtung rein. Das heißt, okkulte Belastung ist eine Belastung, die Menschen leiden lässt, die das normale Leben beeinflusst und wo man dann gucken muss, hat es was eben mit diesen unsichtbaren Mächten zu tun oder hat es eher was mit Krankheiten zu tun oder eine Kombination von beidem. Also so würde ich das versuchen zu erklären. Es macht das Leben schwer, es macht das Leben, wie soll ich sagen, kompliziert und die Menschen haben nicht selten große Mühe, sich von diesen Lasten zu befreien. Das ist das Problem. Das klebt dann an einem. Man kriegt es nicht so einfach weg. Okay. Gibt es spezielle Symptome, die auf eine okkulte Belastung hinweisen? Vielleicht auch, sage ich mal so, dass sofort die rote Lampe angeht, man sagt, das ist ganz sicher eine okkulte Belastung. Schön wäre es, aber trotzdem mal die Frage. Genau. Also ich würde sagen, was ich so weiß, ich habe mich jetzt ja 20 Jahre mit dem Thema beschäftigt, auch meine Doktorarbeit dazu geschrieben, war auch in vielen Ländern, Afrika und so weiter, um mir die Sachen mal anzuschauen, wirklich mal zu gucken. Viel gelesen, viele Leute auch da gesprochen, mich informiert. Ich würde sagen, ein Kennzeichen von einer wirklich nachweislichen okkulten Belastung ist, wenn im Leben eines Menschen übernatürliche Phänomene passieren, nachweislich, nicht eingebildet, nachweislich, also die man überprüfen kann und die nicht von der Quelle her zum Licht, zu Gott, zu was Gutem führen, sondern zu was Bösem. Das heißt, also man kann sich auch viele Dinge einbilden, selbstverständlich, aber in dem Moment, wo nachweislich übernatürliche Vorgänge passieren, die zu schlechten Ergebnissen führen, die Ungutes hervorbringen, dann würde ich sagen, haben wir es mit okkulten Belastungen zu tun. Anderes ist vielleicht ein okkulter, wir sprechen davon, Angriff oder so, aber Belastung heißt ja, da ist was, was mit mir was macht. Und da muss man das gut überprüfen. Das ist so ähnlich wie bei einer Weiche. Das ist sowieso das ganze Thema, muss man so sehen, wie eine Weiche bei den Gleisen, bei den Zügen. Also wenn es quasi eine okkulte Belastung ist, dann hat es nichts mehr mit psychischen Erkrankungen zu tun, es ist dann was anderes. Und ich muss auch anders vorgehen. Das heißt, bei einer psychischen Erkrankung gehe ich andere Schritte, um einem Menschen zu helfen, wie bei einer okkulten Belastung. Und wenn ich das jetzt verwechsel, wenn es also um eine psychische Erkrankung handelt, ich denke aber, es wäre eine okkulte Belastung, dann wird gebetet oder irgendwas gemacht, dann ist nicht selten der Erfolg ganz gering, beziehungsweise bleibt aus. Warum? Weil es ja gar keine okkulte Belastung war, sondern es war eine psychische Erkrankung. Wenn ich aber denke, es ist psychisch, Therapie, Medikation, Klinikaufenthalt, es war in Wirklichkeit, aber eine okkulte Belastung, hat auch das in der Regel wenig Erfolg, weil wir da von zwei verschiedenen Bereichen reden. Von daher gilt es eben zu schauen, wie kann ich das unterscheiden. Und wenn du jetzt von diesen übernatürlichen Phänomenen geredet hast, mach mal ein Beispiel, was könnte das sein? Ein Beispiel ist, wenn zum Beispiel jemand den Körper verlassen kann und in den Nebenraum geht und du schreibst eine Zahl auf, als Beispiel. Ich habe mal etwas Ähnliches erlebt, aber jetzt nur so ein Beispiel. Ich schreibe eine Zahl hier auf den Zettel und die Person kommt zurück und sie weiß die Zahl. Wie kann sie die Zahl wissen? Sie war ja nicht da. Und dann sagt sie, sie ist auf den Körper rausgegangen, ist hier geblieben, konnte die Zahl sehen, die ich geschrieben habe. Also der Körper ist sozusagen rausgegangen, aber irgendwas war noch hier. Genau. Also das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt viele solcher Sachen. Ein kleines Beispiel, wo man einfach sagt, das ist überprüft worden. Also das kann man überprüfen. Und wenn das dann so ist, das kann man nicht erklären. Wie will man das erklären? Dann würde man sagen, und dann findet man meistens heraus, woher weiß die Person das, wie kann die das, wo hat sie das gelernt und so. Und dann geht es meistens in eine ganz dunkle Richtung. Das ist also kein Hobby oder so. Und das ist dann wirklich, wo man sagt, hups. Und das sind auch natürlich Vorgänge und Phänomene, die jetzt nicht an der Tagesordnung sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Also das sind schon seltene Dinge, sondern das ist dann tatsächlich so. Und da muss man gucken, was macht man dann, um den Menschen zu helfen. Aber was könnte dann dahinter liegen, sage ich mal? Also genau, in diesem Fall oder in solchen Fällen ist es häufig so, dass das Menschen sind, die, das wäre wieder ein anderer Bereich, nicht nur okkulten, sondern in satanischen Kreisen aufgewachsen sind. Solche dunklen Messen. Also ziemlich dramatische Geschichte, was es da auch gibt. Es ist sehr umstritten und so weiter. Aber die Zeugnisse dieser Menschen sind schon sehr glaubwürdig. und die das dort gelernt haben. Also wir reden jetzt nicht von so Pseudo-Dingen so, wir tun als ob, sondern die tatsächlich in diesen Bereichen waren und die wirklich diese Macht der Finsternis kennengelernt haben und dort auch solche Fähigkeiten gelernt, trainiert, beibekommen, wie auch immer haben, um damit dann später irgendwelche Tätigkeiten auszuführen. Mhm. Okay. Hast du noch ein anderes Beispiel von solchen Phänomenen? Einfach, dass wir so ein bisschen eine Vorstellung haben? Genau. Also wenn Menschen zum Beispiel eine Kraft aufweisen, also eine körperliche Kraft zeigen, die eigentlich nicht erklärbar ist. Also es wurde auch erforscht, da gibt es Fachbücher dazu. Es gibt auch Beispiele. Also Körperkraft? Ja. Körperkraft, ja. Weiß ich nicht. Was wäre das? Ein Auto wegschieben. Okay. Und normalerweise? Das machen wir jetzt normal nicht im Alltag. Und zwar nicht mit Ach und Krach, sondern relativ locker. Also wo einfach eine übermenschliche, eine übernatürliche Kraft in einem Menschen ist, die man prüfen kann und jeder zu dem Ergebnis kommt, das ist nicht mehr erklärbar. Also die Fachleute, es gibt auch Fachleute, die sich damit beschäftigen, sprechen von paranormalen Phänomenen. Also das heißt, das sind Phänomene, das sind Erlebnisse oder Erlebnisweisen, Verhaltensweisen von Menschen, die dem normalen Rahmen von Erklärungsmustern nicht mehr genügen. Also die über zum Beispiel Levitation, also Schwebezustände. Wenn ich was in der Hand halte und loslasse, fällt es runter. Das ist ja völlig logisch. Nicht schwebt, Erdanziehung und so. Aber wenn man das nachgewiesen hat, dass es doch so ist, dann muss man sagen, was ist das für eine Kraft, die wirkt? Das heißt, diese Erklärungsmuster fallen über den konventionellen Rahmen raus, der Physik, der Biologie, der Chemie. Das, was wir in unserer Welt erklären können, das sprengt diesen Rahmen und man steht da und sagt, wie ist das möglich? Es ist unerklärlich. Wenn sowas geschieht, nachweislich, sprechen wir von solchen paranormalen Phänomenen. Also Phänomene, die quasi neben dem normalen sind, deswegen an- oder paranormal. Und in dem Fall wäre es, dass jemand einen Gegenstand schweben lässt? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay, okay. Wie ist das jetzt? Welche Rolle spielen okkulte Praktiken bei der Entstehung von okkulten Belastungen? Also sprich, wenn sich jemand jetzt okkult, du hast jetzt auch dieses krasse Beispiel gemacht, von wirklich sogar Satanismus beschäftigt, kann man dann, also ist das eine Gleichung, okkulte Praktiken gleich oder folgt auch okkulte Belastung? Nee, ich würde sagen, es ist keine Gleichung, aber es kann durchaus sein. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch Christ und wie du gesagt hast, auch Passdorf und da ist natürlich dieses Thema für mich immer auch so ein bisschen vor christlichem Hintergrund angesiedelt. Und da würde ich jetzt schon mal sagen, es gibt den Hinweis, gebt dem Teufel keinen Raum. Ja, und deswegen würde ich schon sagen, okkulte Belastungen treten nicht einfach so auf. Ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie vererbt bekommt oder genetisch oder so, das glaube ich nicht. Und ich glaube schon, wie du auch angedeutet hast, wenn Menschen sich aktiv und bewusst auf dunkle Mächte einlassen, durch diverse Praktiken, die es eben gibt, dann besteht die Gefahr, dass sie an einem gewissen Punkt in einen Bereich vordringen, der nicht gut ist. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel im Alten Testament Gott verboten hat, dem Volk Israel Kontakt mit Toten aufzunehmen. Und wenn Gott verbietet, Kontakt mit Toten aufzunehmen, gehe ich davon aus, geht man davon aus, dass es möglich ist. Das heißt, man wird nicht zufällig irgendwie okkult belastet. Das ist sowieso nicht der Alltag und die Regel, dass auch keiner Angst haben muss. Aber wenn natürlich Menschen sich bewusst auf solche Dinge einlassen und in diese dunkle Materie, in diese dunkle Welt eindringen, wovor die Bibel deutlich warnt, dann kann es passieren, dass die Folge davon ist, dass sie wirklich okkult belastet sind und dann ganz große Folgen davon tragen und das auch eben, dass sie Geister nicht mal loswerden. Ja, kann eine Person okkult belastet sein, ohne es zu wissen? Eine gute Frage. Kann jemand okkult belastet sein, ohne es zu wissen? Das kann ich mir schwer vorstellen. Es kommt eben darauf an, wenn natürlich... Weißt du, wenn du selber dunkel bist, im Bild gesprochen, und in der Dunkelheit lebst, dann fällt ja nichts auf. Wenn du aber versuchst, irgendwie da wieder ins Licht zu kommen, frei zu werden von diesen Dingen, dann merkst du es natürlich. Von daher würde ich sagen, in der Regel merkt man das schon. Also das würde ich sagen, wird die Regel. Es gibt vielleicht auch Ausnahmen, ich kenne jetzt keine. Aber ich möchte einfach da nochmal betonen, man muss da nicht Angst haben, dass man irgendwie zufällig irgendwie reinrutscht. Manche Leute sind dann so ein bisschen drauf. Ah, ich habe da so einen Horrorfilm gesehen. Bin ich jetzt okkult belastet, ja? Oder meine Oma war mal auf dem Jahrmarkt bei mir, bei einer Frau, die hat aus der Hand gelesen. Bin ich jetzt irgendwie okkult belastet? Also da wäre ich sehr vorsichtig. Vor christlichem Hintergrund sowieso, aber auch sonst, bitte aufpassen, wir sind für unser Leben verantwortlich und wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht irgendwo reingeben. Deswegen ist dieser Ratschlaggebend im Teufel keinen Raum eigentlich ideal. Du hast jetzt vorhin geredet von Angstzuständen, die passieren können als okkulte Belastung. Was hast du, beschreib noch mal so ein paar Phänomene, so psychische wie auch physische. Was sind das für Phänomene? Ja, also was es eben häufig gibt, dass Menschen, also Panikattacken, Angstzustände, Schlafstörungen, Wahnvorstellungen. Und da merken wir, all diese Dinge gibt es eben auch in pathologischer Hinsicht, also im Krankheitsbild. Ja, und deswegen ist es ganz arg wichtig zu unterscheiden, ja, auch Halluzinationen. Das kann aber auch passieren, wenn ich zum Beispiel zu wenig Schlaf habe. Ja, dann fahre ich nachts um vier da an der Landstraße entlang und denke, da war gerade eine Gestalt. Aber das ist, weil ich übermüdet bin, da war gar nichts, ja. Und da ist es so wichtig zu unterscheiden. Ähnlich auch bei diesen ganzen psychischen Problemen, wo wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber das sind Dinge, die eben immer wieder auftreten. Auch eine enorme Angst, zum Beispiel Menschen zu begegnen. eben diese Problematik mit Halluzinationen, Panikattacken, Atemprobleme, also Atemnot, Angst zu ersticken, weil man den Eindruck hat, da drückt jemand zu, Schlafstörungen, Albträume, Horrorvorstellungen, solche Dinge können da eine Rolle spielen. Also überhaupt nichts Positives. Ja, wie du eingangs gesagt hast, eher im Gegenteil total belastende Zustände. Wenn wir jetzt, was du schon angedeutet hast, in die psychische Ecke reinschauen, in das Krankheitsbild oder in Störungsbilder, was heißt denn erstmal psychisch krank oder psychisch gestört? Genau, psychisch gestört sagt man heute nicht mehr, psychisch krank eben. Das heißt, es gibt einen definitiven Zusammenhang zwischen dem Beschreiben von solchen paranormalen Phänomenen und psychischen Erkrankungen. Das ist sehr interessant, da hat man geforscht. Um es einfach auszudrücken, etwa ein Drittel der Menschen, etwa ein Drittel der Menschen, die von solchen Dingen berichten, was sie erleben und so, was sie da sehen, Tote erschienen und so, Stimmen gehört und so, etwa ein Drittel dieser Menschen sind psychisch sehr auffällig. Okay. Das ist schon mal interessant. Da gibt es dann Krankheitsbilder wie Psychosen, Schizophrenien, Wahnvorstellungen, solche Dinge, wo man einfach merkt, okay, da müsste man erstmal die Leute behandeln. Und bloß nicht irgendwie gleich, weil möglicherweise beschreiben sie das zwar, aber die Ursache ist überhaupt keine okkulte Belastung, sondern psychische Erkrankung. Und wenn man die behandelt, hören die Dinge auf. So, das ist so ein Drittel. Ein weiteres Drittel sind Menschen, die von diesen Dingen berichten, die sehr stark unter Angsterkrankungen leiden, die wie du schon gesagt hast. Das heißt, die Angsterkrankung ist schon da. Schlafmangel spielt auch eine große Rolle. Manche auch, die mit schweren Depressionen zu tun haben. Dass man auch sagt, Menschen, die sind insgesamt sehr geschwächt. Und wenn ich psychisch da sehr geschwächt bin, dann kann es natürlich sein, wenn ich dann so einen Horrorfilm anschaue, dass das was mit mir macht. Aber nicht wegen dem Film. Der Film hat natürlich eine Wirkung, aber nur indirekt meine psychische Problematik. Und das zusammen bringt dann ein Ergebnis davor. Ein Drittel jedoch, das letzte Drittel von Menschen, die solche Dinge erzählen, sehr interessant, sind psychisch gesund. Sind psychisch gesund, okay. Sind psychisch gesund, da gibt es überhaupt nichts. Da findet man gar nichts. Und deswegen ist die Schlussfolgerung von dem, wenn also jemand erzählt, als Beispiel, ich habe meinen verstorbenen Onkel da heute Nacht gesehen, irgendwie am Bett stehen, ich bin auch aufgestanden, da stand er immer noch da und so. Licht angemacht, stand immer noch da. Wenn also jemand sowas erzählt, dann kann ich nicht sagen, ah ja, der ist krank. Ich kann aber auch nicht sagen, der ist psychisch gesund. Jetzt haben wir das Problem. Es kann nämlich so und so sein. Und deswegen muss man einen anderen Weg finden, um da zu unterscheiden. Weil es kann so und so sein, ja. Genau das, da gehen wir jetzt auch hin. Wie kann man es denn unterscheiden? Gibt es so einen Hauptunterschied, wo man so sagt, auf jeden Fall so ein ganz wichtiger Marker irgendwie? Oder kann man eher von so Unterschieden sprechen? Ich würde mal sagen, es gibt verschiedene Hilfsmittel. Es gibt verschiedene Hilfsmittel. Auch da muss ich wieder, wenn wir von solchen Themen reden, immer wieder vom christlichen Aspekt herkommen. Die Bibel sagt, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Es gibt den Heiligen Geist und dann scheint es noch andere zu geben. Die Bibel beschreibt auch, das weiß jeder, der sich so im Christentum ein bisschen auskennt, dass es nicht nur Gott gibt, sondern auch den Widersacher. Die Bibel lehrt zwar keinen Dualismus. Es gibt also nicht die Vorstellung, Gott kämpft gegen den Teufel. Das gibt es in der Bibel nicht. Die Bibel lehrt einen Monismus. Da gibt es Gott, der steht ganz oben. Und dann kommt lange nichts. Und dann gibt es die Engelwesen, dann gibt es die Menschen. Ganz wichtig, Gott, Engel, Mensch. Und die Engel sind auch geschaffene Wesen von Gott. Und jetzt gibt es eben Hinweise in der Heiligen Schrift. Nicht alle Theologen teilen das, aber viele schon. Die sagen, es gibt im Allentestament so Belege, Andeutungen, dass wohl Satanas, so ein Wort für den Teufel im Allentestament, was nicht oft vorkommt im Allentestament, was ist schön, dass es nicht oft vorkommt. Deswegen spielt der Teufel auch nicht eine große Rolle. Es sollte auch in unserem Leben überhaupt keine große Rolle spielen. Aber dass eben dieser Satan ein Engel war. Und weil Engel geschaffene Wesen sind, haben sie eben auch einen Willen. Und der hatte folgende Idee, er wollte sein wie Gott. War eine schlechte Idee. Weil Gott will niemand neben sich haben. Und so wird jetzt also beschrieben, dass Gott diesen Engel verstoßen hat. Das sind solche Berichte, Bilder, Auslegungsmöglichkeiten. Und er hat dann noch andere Engel mitgenommen. Daher kommt übrigens der Spruch, Hochmut kommt vor dem Fall. Da kommt dieser Satz. Und das heißt also, der Teufel und die Dämonen und so, gehören zum Reich der Finsternis und Gott, Reich des Lichts. Und natürlich gibt es da schon was dagegeninander. Aber der Teufel, ich sage immer in Vorträgen oder wenn es um das Thema geht, und Gott kennen sich von früher. Kennen sich von früher. Das heißt, der Teufel würde nie auf die Idee kommen, gegen Gott zu kämpfen. Das ist Unsinn. Weil er weiß ja, wie Gott ist und wer er ist. Das heißt, der Teufel und diese Macht der Finsternis hat so ein bisschen eigentlich auf die Gemeinde, auf die Kirche abgesehen. Und deswegen sagt Jesus auch, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Weil Jesus wusste um diesen Kampf. Nicht Gott kämpft, sondern die Gemeinde, der Leib Christi, gegen diese Mächte der Finsternis. Darum auch Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also die Bibel ist ja voll von solchen Texten. Und wenn man das weiß, dann kann man die Macht und die Rolle von diesen Mächten der Finsternis einordnen. Aber wichtig ist, Gott steht ganz oben. Und wenn jetzt also jemand psychische Probleme hat, dann hat das nichts mit dem Teufel zu tun. Vielleicht nur noch, also ich hänge noch an dem Satz, den du vorhin gesagt hast. Nur, dass das nicht irgendwie falsch verstanden wird. Gott will, du hast gesagt, Gott will niemanden neben sich haben oder so. Aber ich würde einfach ergänzen wollen, nicht weil er irgendwie nicht großzügig ist oder weil er so ein gemeiner Typ ist, sondern einfach, weil es gar nicht geht. Also Gott ist Gott und es gibt eben nur Gott. Und wie du sagst, die Engelwelt, es sind Geschöpfe. Und wenn ein Geschöpf sich anmaßt, wie Gott zu sein, dann das geht leider nicht. Hat es Konsequenzen. Dann hat es Konsequenzen und das hat einfach nicht funktioniert. Ja, und dann geht er auf diese Welt und dann sagst du, der Konflikt oft spielt sich ab auf die Nachfolger Gottes, dass dort das Böse dann ansetzt. Ja, wobei man auch da aufpassen muss, die Bibel lehrt nicht, dass jetzt jeder Christ immer da mit Dämonen kämpft. Das ist völliger Unsinn. Aber es gibt halt solche Texte. Ja, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Epheser 6, sondern gegen die Kosmokratoren, der Finsternis, der himmlischen Welten. Und dann kommt die Waffenrüstung und so. Das ist ganz interessant beschrieben. Das meint aber nicht, dass wir jetzt als Christen jeden Tag mit irgendwelchen Dämonen kämpfen. Das wäre ein Wahnsinn. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern einfach grundsätzlich, dass das Christentum einen sogenannten Widersacher hat. Ja, Diabolos, das ist das griechische Wort für Teufel im Neuen Testament, meint einfach Durcheinanderbringer. Manche sagen auch, er ist ein Aufhalter, ein Störer. Er will Chaos anrichten. Gott ist ein Gott des Friedensbeordnung. Und von daher, finde ich, muss man da ein gutes Maß finden, dass man auch diesem Teufel und so nicht da irgendwie, das ist gar nicht so wichtig, aber die Auswirkungen im Leben von Menschen. Da merken wir schon, da gibt es schon Dinge, wo man sagt, das ist wirklich Böse, das Böse. Und die Bibel spricht eben nicht nur von dem Bösen, sondern auch von den Bösen. Das sind eben diese Mächte der Finsternis. Und von da ist das Böse eine personifizierte Geschichte, die die Bibel als Teufel, Satan, Lucifer, Widersacher, Mörder von Anfang an und so weiter bezeichnet. Und die geht es ernst zu nehmen. Das ist interessant, weil das würde ja, damit hast du ja die Grundlage dann dargestellt, warum es diese Phänomene gibt, weil eben ein Widersacher im Hintergrund steht und eine gewisse Macht hat und Kraft hat. Und natürlich mag er die Leute nicht, wenn man es jetzt etwas einfach ausdrückt, mag er natürlich die Leute nicht, die Gott anbeten, weil er möchte ja so sein wie Gott. Und wenn jetzt da Leute Gott anbeten, das gefällt ihm natürlich nicht. Und alle anderen, die Gott sowieso nicht kennen, ist ihm auch recht. Da versucht er vielleicht auch eine gewisse Verführungskunst an den Tag zu legen, weil er möchte ja die Macht. Genau, da spielt eben diese Rolle, gerade von Anfang an, wenn wir dem biblischen Zeug des Glaubens schenken, das Bild der Schlange, Adam und Eva, die dann später von Gott verflucht wird, nach einem Sündenfall und so weiter, der dann diese Schlange sagt, das sollte Gott gesagt haben. Also dieses, ich mag einfach dieses Wort Diabolos her, also vom Neuen Testament, aber auch vom Ate her, dass man sieht, sein Ziel ist einfach durcheinander. Ihm ist ein Anliegen, Menschen in ein Chaos zu stürzen. Egal, ob das Beziehungen sind, ob das der Körper ist, ob das ein Land ist, eine Nation. Er will einfach, dass es ein Chaos, ein Durcheinander gibt. Das ist so das, was wichtig ist. Und wenn jetzt aber Menschen psychisch krank sind, dann hat es damit erstmal nichts zu tun, weil wir auf einer anderen Ebene sind. Das ist sehr wichtig, dass man diesen psychischen Aspekt, Denken, Fühlen wollen, von dem Geistlichen trennt. Und wenn jemand psychisch krank ist, dann helfen in der Regel, Therapie, Beratung, Medikamente, Klinikaufenthalt, dafür ist das da. Weil wir sind im Psychischen, im Natürlichen. Wenn jemand aber mit einem Teufel, im Okkulten belastet ist, sind wir an einer anderen Ebene, sind wir im Bereich der Spiritualität. Das heißt, da geht es um die unsichtbare Welt. Und da greift natürlich ein Medikament, ich sage immer, der Teufel reagiert nicht auf Medikamente. Das wäre ja, verstehst du, das ist eine andere Ebene. Wir reden von einer transzendenten Macht, wenn wir daran glauben. Das Problem ist, es gibt gerade in Europa, in der westlichen Welt, natürlich viele Menschen, die sagen, was redet der? Sind wir im Mittelalter gelandet oder so? So ein Unsinn, das gibt es doch gar nicht. Aber ich glaube schon, dass wir das ernst nehmen sollten, aber in einer angemessenen Art und Weise. Nicht extrem, nicht über den Teufel sehen, ist ganz schrecklich. Sauber unterscheiden. Eben, es gibt auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Also es gibt im Neuen Testament viele Hinweise oder widersteht dem Teufel. Da flieht er von euch. Also da merken wir, scheinbar haben wir einen Willen. Wir können uns entscheiden. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, der Mensch kann entscheiden. Gerade der Christ, der Christenmensch, sage ich mal, kann entscheiden, wo und wem er sich aussetzt. Und die Bibel sagt ganz klar, Licht ist das Entscheidende. Lass es mit der Finsternis. Aber die Herausforderung ist doch dann jetzt zum Beispiel, und vielleicht kennst du auch so einen Fall, dass man jetzt in der Klinik einen Menschen hat, der psychische Auffälligkeiten zeigt oder Krankheitsbilder. Und jetzt sagt man dann in der Klinik eben, gut, wir behandeln ihn nach den Dingen, die wir als Ärzte, als Psychiater vielleicht auch kennen. Wir stellen ihn medikamentös ein. Aber die Phänomene verschwinden nicht. Und jetzt ist dieser Mensch zum Beispiel eben nicht psychisch krank, sondern er ist tatsächlich okkult belastet. Und wie findet man das jetzt raus? Genau. Also wenn die Medikamente wirken, die Therapie, dann hat es sich ja eigentlich erledigt. Ich würde behaupten, in mehrheitlichen Fällen ist das auch so. Was auch noch wichtig ist, dass wenn Menschen psychisch krank sind und in irgendeiner Form religiös, spirituell unterwegs, dass das sich verbindet. Also mir hat zum Beispiel mal eine Christin gesagt, der Heilige Geist würde sie regelmäßig anschreien. Fand ich eine völlig merkwürdige Aussage. Ich konnte nichts damit anfangen. Am Ende kam raus, dass sie Schizophrenie erkrankt war, in einer Kirche war, die unglaublich stark, ich sage jetzt mal geistlastig war, sehr, sehr, sehr extrem charismatisch drauf. Und jetzt hatte sich ihre psychische Erkrankung mit dem Frömmigkeitsstil verbunden. Verstehst du? Wäre die Frau keine Christin gewesen, sondern Muslimin zum Beispiel, hätte ich sie nie gesagt, der Heilige Geist brüllt mich an. Sondern vielleicht Dschins, das sind Geister im Islam, machen irgendwas. Also das heißt, wir müssen also, wenn wir mit Menschen zu tun haben, immer auch nicht nur die Phänomene im Blick haben, sondern auch den Hintergrund der Menschen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und von daher kann es also schon sein, dass Menschen psychisch krank sind und dann irgendwie religiöse, das gibt es ja oft, das religiöse, wenn sie irgendwie dem Christentum nahestehen. Ein Atheist wird das in der Regel nicht. Und von daher ist es schon hilfreich zu unterscheiden. Und wenn es so sein sollte, wie du es beschreibst, dass also da wirklich jegliche medizinisch-ärztliche, therapeutische Kunst am Ende ist, kann es durchaus sein, dass die Leute in den Einrichtungen verwahrt werden, stark medikamentiert und so weiter. Aber dass vielleicht da die Hilfe wäre, dass Menschen, heute würde man sagen, Befreiungsdienst ausüben, damit diese Menschen frei werden. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, der scheint mir noch dramatischer zu sein, dass man nämlich betet, 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 Befreiungsdienst, Dämonen bindet und austreibt. Dabei sind da gar keine da. Und das ist natürlich, um ehrlich zu sein, eine Katastrophe. Denn einen Dämonen auszutreiben, der gar nicht da ist, vielleicht ist der Mensch psychisch krank. Und manches sieht ja ähnlich aus. Das ist ja das Problem. Ihr müsst euch vorstellen, da ist ein Gottesdienst, die Leute singen und plötzlich bricht ein Mensch zusammen. Krümmt sich auf den Boden, Schaum aus dem Mund, er krampft. Alle denken, das ist jetzt ein klassisches Beispiel. Da ist jemand besessen, so wird dann geredet. Und dann beten sie und nach fünf Minuten steht er auf und man preist den Herrn über die gewaltige Befreiung. Am Ende kommt raus, es war einfach ein klassischer epileptischer Anfall. Da war gar nichts Geistliches. Und deswegen finde ich es ganz arg wichtig, in diesem Bereich ganz vorsichtig, ganz sauber zu schauen. Die großen Kirchen machen das mittlerweile auch. Also eigentlich alle, die sich damit beschäftigen, dass man erst mal abklärt. Ist der Mensch somatisch soweit? Psychisch ist er irgendwie? Und wenn da nichts ist, dann kann man im geistlichen Bereich weitergucken. Aber nicht vorschnell. Irgendwelche Dämonen jemanden zuschreiben, wo nichts ist. Paulus nennt das übrigens Luftstreiche machen. Also das heißt, man boxt auf jemanden, der gar nicht da ist. Oder in der Fußballsprache zu sprechen, du schießt einen Elfmeter ohne Ball. Das tut richtig weh. Kann richtig wehtun. Das heißt, man geht gegen einen Feind, gegen Dämonen, die gar nicht da sind. Und deswegen glaube ich persönlich, nachdem ich mich jetzt wirklich viel damit beschäftigt habe, es gibt diese Mächte. Keine Frage. Aber vieles, was nach Teufel aussieht, ist kein Teufel. Okay. Aber dann lass uns nochmal das durchspielen. Einfach. Man hat jetzt ein Krankheitsbild. Ich meine, man könnte jetzt auch bei diesem epileptischen Anfall bleiben. Was würde jetzt passieren? Wir wollen jetzt prüfen. Oder die Kirchengemeinde, es wäre jetzt angeraten, sie würde das jetzt abklären lassen. Was macht man? Genau. Also man prüft, man redet mit der Person, stellt sich raus, es war ein epileptischer Anfall. Ich bin Epileptiker, bin in der Epilepsie erkrankt, habe vielleicht Medikamente rechtzeitig eingenommen, was auch immer der Fall war. Und dann ist die Sache für mich geklärt. Also natürlich darf man gerne beten für Heilung bei Menschen. Grundsätzlich. Bei Krankheiten aller Art. Aber eine geistliche Dimension würde ich bei einem epileptischen Anfall überhaupt nicht sehen. Weil, und das ist eben auch ein Kriterium des Prüfens, das kann man auch gut biblisch begründen, wenn Gott ein Wunder getan hat, wenn Jesus Wunder getan hat, konnte man das sehen. Also mit den Augen. Man konnte zuschauen. Heute würde man das Handy hinhalten und filmen. Er geht übers Wasser, Brot wird vermehrt. Bei Brotvermehrung wäre ich gern dabei gewesen. Ich hätte mein Handy gern über den Korb gehalten, weil ich nicht weiß, wie das war. Wenn Menschen blind waren und dann sahen, konnte man das sehen. Manchmal sagte Jesus sogar, zeige dich den Priestern. Dann kriegst du einen Attest. Das heißt, wenn Gott Übernatürliches gewirkt hat, konnte es man natürlich überprüfen. Und beim Teufel dasselbe. Es gibt zum Beispiel einen Bericht über einen Garderener, der konnte Ketten zerreißen. Diese übernatürliche Kraft, von der ich vorhin sprach. Der hatte die. Das wäre genau das. Man konnte das aber sehen. Der konnte durchs Feuer gehen, hat ihm nichts ausgemacht. Das heißt, man konnte das sehen. Und deswegen ist für mich eine der Prüfkriterien, wenn Menschen berichten von irgendwelchen Dingen, dass ich versuche rauszufinden, gibt es nachweislich übernatürliche Dinge nachweislich. Einbilden kann man viel. Und man kann auch viel erzählen. Deswegen ist ja die mutmachende Botschaft des Neuen Testamentes, prüfen. Prüft die Geister. Aber wie? Eben indem man solche Dinge eben macht. Man spricht mit den Menschen, man frägt über die Phänomene nach, man geht hin, man schaut, man versucht einfach den Leuten zu helfen. Weil manche Menschen, gerade auch im christlichen Bereich, hatte ich auch schon erlebt, die wünschen sich regelrecht, dass man zum Ergebnis kommt. Das sind Dämonen. Müssen wir beten. Aber wenn es keine sind, dann müssen sie den Weg der Therapie gehen, der Klinik, der Medikation. Das wollen sie aber nicht. Also wäre so ein geistliches, großes Spektakel doch schön. Von daher muss man genau hingucken. Und warum wünschen sich die Menschen das, damit was Großes an ihnen geschieht? Ja, weil sie damit auch vielleicht in den Mittelpunkt plötzlich stehen. Weil es was ganz Besonderes ist. Ich bin befreit worden von 28 Dämonen. Da schreibe ich jetzt gleich ein Buch dazu. Oder so als Beispiel. Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig in diesem Bereich. Ich glaube wirklich, das meiste, was nach Teufel aussieht, ist es nicht. Wenn es der Teufel ist, der Satan, die Dämonen, dann, ich kann nur aus meiner Praxis und Erfahrung sagen, dann müssen auch übernatürliche Vorgänge irgendwo dabei sein. Das entspricht auch dem Neuen Testament. Hast du so ein Beispiel, wo man vielleicht eben sich nicht sicher war, wo man gedacht hat, ist das jetzt eine psychische Störung? Und dann hat man aber festgestellt, du warst vielleicht irgendwie dabei, nee, das ist wirklich eine okkulte Belastung? Ja, also habe ich mehrere Beispiele erlebt, wo Menschen übernatürliche Fähigkeiten hatten, die konnten zum Beispiel kein Schmerzempfinden. Jemand hat mir gesagt, ich habe kein Schmerzempfinden. Dann habe ich gesagt, ja gut, das ist vielleicht irgendwie organisch begründet. Es gibt so Krankheiten mit so Nervenenden, wo Leute ihre Hand auf eine Herdplatte legen, nichts spüren, ist ja ganz schrecklich, aber das ist nichts Okkultes. Und dann hat die Person gemeint, ja, nee, ich meine was anderes. Sag ich, ich verstehe nicht. Und ich war bei dieser Person auch zu Hause und das war dann relativ dramatisch, weil die dann vor meinen Augen ein Nagel in ihr Knie, ich habe dann geschrien wie verrückt und dann sagt sie, das meine ich ganz gelassen. Mit dem Hammer. Ja. Also das meine ich. Das ist nicht, das kann man einfach nicht erklären. Es war auch kein Trick und nichts. Das sind Dinge, die völlig, da kommt man, das ist, das meine ich. Also wenn wir schon glauben, dass es sowas gibt, dann befindet sich das wirklich im übernatürlichen Bereich. Alles, was man erklären kann, kann man eben erklären und es ist dann erklärbar und deswegen ist es nicht übernatürlich. Aber wenn wir, wie auch schon erlebt, eine Person erzählt, also eine ältere Dame hat erzählt, sie macht das Grab ihres Mannes, verstorben, Witwe und ab und zu ist nebendran, beim Nachbargrab kommt so ein Qualm, so ein Rauch und dann so Gesicht da, ja, raus. Wie kann ich das jetzt prüfen? Entweder ich glaube es ja einfach, aber ich bin da kritischer. Ich glaube überhaupt nicht alles. Ich möchte es überprüfen. Aber wie? Also habe ich gesagt, Frau So und So, das ist schon heftig, was Sie berichten, das ist natürlich schon dramatisch, ich begleite Sie auf dem Friedhof. Wir schauen uns das an. Und das wollte sie dann nicht. Auf keinen Fall. und manch einer kann vielleicht ahnen, warum. Ich habe es dann auch gesagt, ich sage ja, hören Sie mal, jetzt erzählen Sie das, wie schlimm das ist. Ich möchte Sie begleiten, ich unterstütze Sie, ich habe viel erlebt, ich gehe mit, ich brauche keine Angst haben, ich komme mit. Könnte es sein, dass ich das nicht sehe? Sagt sie, genau, das sieht sonst keiner. Und da werde ich hellhörig. Weil es widerspricht eben dem, was wir in der Bibel sehen. Ich habe doch erklärt, man kann es überprüfen, man kann es doch sehen. Also, was kam raus? Der Mann hat es später erzählt, die Frau ist an Schizophrenie erkrankt, immer wenn sie die Medikamente nicht nimmt, sieht sie diese Wesen. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Aber vielleicht noch ein anderes Beispiel, wenn ich nur erzähle, was nichts ist, ist vielleicht schade, ist auch noch mal ein anderes Beispiel. Ein Mann kommt, da habe ich ja im Buch auch drin, die Geschichte, nach einem Gottesdienst und erzählt, dass eine Stimme ist in ihm, die ab und zu sagt, er soll an einen gewissen Ort fahren und dort vom Steinbruch unterspringen. Zwei, drei Mal pro Woche hört er diese Stimme. Nicht mit diesen Ohren, sondern jetzt ist es natürlich schwierig. Wie kann ich das überprüfen? Und da glaube ich, bei solchen Dingen, glaube ich, greift die Gabe der Geistunterscheidung, von der die Bibel ja spricht. So, ich habe mit ihm unterhalten, ein paar Sachen nochmal erfragt, ein paar Sachen ausgehört und bin dann zum Ergebnis gekommen, in diesem Fall, ich glaube, das ist wirklich etwas Dämonisches. Ich glaube, das ist ein Geist des Todes, tatsächlich. Und dann hat er gesagt, was machen wir denn da? Sag ich ja, da können wir beten. Und dann haben wir gebetet und das Gebet war relativ einfach. Es ging etwa so, du Geist des Todes, geh aus dem Mann raus, Amen. Und dann sagt er, ja und das war es jetzt, sagt der Mann. Sag ich ja, das müsste es gewesen sein, ja. Und seither waren die Stimmen weg, kamen nie mehr. An der Stelle auch noch ein Hinweis, Gebet wird nicht in Lautstärke und in Länge gemessen. Wie vielleicht, Klammer auf, Klammer zu, exorzistische Vorstellung. ganz dramatisch, ganz schwierig. Ich glaube, Jesus hat nie rumgeschrien. Also Gebet wird nicht in Länge und Lautstärke gemessen, sondern in Glauben. In Glauben. Ja, und das war so ein Beispiel. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo auch Menschen, weiß ich auch, habe ich auch erlebt, jemand auch Stimmen gehört hat. Ich mache es kurz. Und da habe ich, den habe ich zum Neurologen geschickt. Und da kam raus, dass mit den Gehörnerven im Gehirn etwas nicht stimmt. Und er hat Medikamente bekommen und die Stimmen hörten auf. Da war nichts Dämonisches. Und jetzt ist noch die Frage, im ersten Fall, hier mit Steinbruch, ob da der Neurologe geholfen hätte, bezweifle ich. Weil ich glaube, es war etwas Geistliches. Und im anderen Fall konnte man natürlich mit Medikation, mit Untersuchung helfen. Da weiß ich auch nicht, ob Gebet etwas gebracht hat. Denn es war etwas Natürliches. Und da greift Paulus ein und sagt, das Natürliche muss natürlich behandelt werden, beurteilt, und das Geistliche geistlich. Und das ist wieder die Weiche. Und wenn ich das falsch mache, dann wundert es nicht, wenn Gebete nicht erhört werden. Das ist, wenn du versuchst, mit einer Säge einen Nagel in die Wand zu machen. Du brauchst einen Hammer und keine Säge. Apropos Hammer. Michael, die Geschichte mit dem Mann, der sich den Nagel ins Knie getrieben hat. Wie ging das aus? Weißt du das? Ja, jetzt weiß ich, wie das ausging. Also wie es ausging, war so, dass diese Person über Jahre in satanischen Kreisen aufgewachsen ist. Wir haben jetzt wieder dieses Thema von vorhin. Das heißt, die hatte da ganz, ganz viel gelernt. Schmerz und so. Das wusste ich natürlich nicht. Es kam dann alles nach und nach raus und so. Und da muss man dann wieder ganz anders vorgehen. Also wenn Menschen aufwachsen, nicht in okkulten, sondern in satanischen Kreisen. Großer Unterschied, haben wir ja schon besprochen. Dann ist es ganz wichtig, sonst passiert das, was dem Zauberer in der Apostelgeschichte passiert ist. Da gibt es nämlich die Berichte eines Zauberers in der Apostelgeschichte. Simon, der Zauberer. Und der war nämlich Christ geworden, hat aber diese Zaubereisünden. Und wenn die Bibel von Zauberei spricht, meinen sie nicht irgendwie Zylinder und solche Spielchen und solche Tricks, sondern wirkliche Zauberei, also Kontakt mit dem Bösen. Die hat er quasi bei seiner Hinwendung zu Christus nicht im Sinne von Tutbuße geklärt. Und dann heißt es sogar nach seiner Bekehrung, nach seiner Taufe, er ist immer noch entbanden, er ist immer noch gebunden. Ja, und das war hier bei dieser Person auch so. Da waren auch noch viele andere Geschichten gewesen. Also wo man einfach merkt, wenn Menschen in solchen Kreisen waren, ist es ganz zentral, wenn sie zum Glauben kommen, sehr wunderschön, aus der Finsternis ins Licht, dass man diese Dinge wirklich vor Gott bringt, Buße tut, sich reinigen lässt vom Blut Jesu. Sehr, sehr wichtig. Aber das ist natürlich nicht die Regel. Und ist diese Frau frei geworden so? Das weiß ich nicht, ich habe die dann später nicht mehr getroffen. Da ist viel passiert. Allerdings bei diesen, ich meine, wenn jemand so lange in satanischen Kreisen aufwächst, ist nicht nur geistlich was kaputt, da war auch psychisch viel kaputt, körperlich auch. Da ist dann ganzheitlich ganz viel gewesen. Das ist ein Riesenthema, das hat auch was mit diesen ganzen Kulten und so zu tun, das würde den Rahmen sprengen. Ganz dramatisch. Okay. Wir sind am Ende leider. Michael, nochmal großes Thema jetzt, aber schlag nochmal so am Ende nochmal die wichtigsten Säulen ein. Unsere Sendung heißt okkult, belastet oder psychisch krank. Wie gehen wir mit dem Thema um? Genau, es muss ganz sauber differenziert werden. Es ist ganz arg wichtig. Es gibt diese Mächte der Finsternis. Dennoch sage ich, nicht überall wo Teufel draufsteht, ist der Teufel drin. Wir brauchen als Menschen, als Christen keine Angst zu haben vor dem Teufel. Da gibt es keinen Grund. Wir müssen respektieren, dass es ihn gibt. Gott hat ihn geschaffen. Wenn wir dem biblischen Zeugnis glauben wollen, dann ist das so. Aber Jesus ist der, der Menschen frei macht. Damals und heute. Und deswegen kein Wunder, wenn eben Markus in seinem Schluss sagt, diese Zeichen werden folgen, denen, die glauben. Und das Erste ist, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Das heißt, dieser Dienst, den gilt es heute noch zu tun. In rechter Weise, nicht extrem. Und wie gesagt, mit einer guten Unterscheidung, dass wenn jemand krank oder auch psychisch angeschlagen ist, dass es nichts mit Dämonen zu tun hat. Herzlichen Dank, Michael. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr spannend, was wir hier uns miteinander angeschaut haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gott auch bitten, wenn Sie hier vielleicht Herausforderungen haben oder jemanden kennen, der herausgefordert ist, dass Sie die Geister unterscheiden können, dass Sie prüfen können, auch mit den Prinzipien, die wir hier angeschaut haben. und dass Sie stark in Gott hier auch durchs Leben gehen. Und wie wir gehört haben, Gott ist stärker wie alles Böses. Wie alles Böse. Jesus lebt. Der Geist Gottes möchte in Ihnen leben. Sie brauchen also keine Angst haben und können getrost und stark in dieser Welt unterwegs sein. Alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal bei Psychologisch. Ich wünsche Ihnen